Das, was ich in diesem Video einmal kurz ausprobieren möchte, ist ChatGPT in der Bezahlversion, die ich mir mal hier geklickt habe. GPT-4, our most capable model, great for tasks that require creativity and advanced reasoning. Zur Anwendung, zur Nutzung, zur Lösung von Übungsaufgaben in den Grundlagen der Elektrotechnik oder perspektivisch vielleicht auch Prüfungsaufgaben, Klausuraufgaben. Dafür habe ich mir mal hier auch im Browser das Aufgabenheft zur Gleichstromrechnung zurechtgelegt und das Aufgabenheft zur Wechselstromrechnung. Und das Interessante und Spannende an diesem GPT-4, ich schalte jetzt mal auf das hier um, ist das, was hier unten steht, Chat with Images. Also man kann, so wie man das eigentlich in einem WhatsApp-Chat kennt und das, sage ich mal, sehr intuitiv nutzbarer an diesem Chat-GPT ist ja eben auch, das ist diese Chat-Oberfläche, halt so ähnlich, wie man das so kennt. Man kann hier Bilder einfügen und das ist natürlich potenziell zur Lösung von ingenieurwissenschaftlichen und oder elektrotechnischen Aufgaben. Sehr sinnvoll, das zu machen, weil man damit natürlich sowas wie Schaltbilder, Diagramme und sowas einfügen kann. Also, Feuer frei, probiere ich das mal aus und nehme mal hier diese Aufgabe und nehme mal jetzt einfach erstmal den Text und packe den mal hier rein. Die skizzierte, ich mache mal die Zeilenumbrüche weg, potenziell am Ende, ich weiß nicht, ob das irgendwas macht, aber ansonsten sieht das ja ganz gut aus. Ich kopiere jetzt mal einfach den Aufgabentext, mal gucken, was das macht und klicke mal auf Send Message und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hm, spannend. Ich klicke mal diese Meldung hier oben weg von dem Alpha, dem will ich jetzt nicht beitreten. Ähm, vielleicht fange ich mal mit dem Bild an. Oder vielleicht nehme ich mal einfach alles. Ohne die Überschrift der Aufgabe. Und packe mal das hier rein und klicke mal damit auf Absenden. So, okay, jetzt geht auf jeden Fall schon mal das berühmt-berüchtigte Chatfenster auf. Und das überlegt, so ein bisschen still vor sich hin. Natürlich muss das jetzt eventuell erstmal den Text da drin erkennen. Vielleicht schicke ich den auch einfach gleich nochmal hinterher. Okay, und das erklärt mir jetzt was. Und interessanterweise gegenüber der in Anführungszeichen normalen GPT-Version, hier sind ja noch so Sachen aus der Underlessence-Kontrolle an der Seite zu sehen, die ich da auf Deutsch dort eingefügt habe, scheint das jetzt erstmal nur auf Englisch zu funktionieren. Ähm, wenn man dem Englischen mächtig ist, sollte das jetzt kein großes Problem sein. Wenn nicht, dann muss man natürlich jetzt hier noch ein bisschen Transfer und Übersetzungsleistung reinbringen. Also, der Graph zeigt die Zeitabhängigkeit eines Stromes über einer, über einen gewissen Zeitabschnitt. Und man kann den Graphen abschnittsweise beschreiben. Ähm, da steht ja aber oben natürlich auch schon irgendwie da, dass es da um Strom geht. Und man kann die Ladung bestimmen durch Integration. Okay, ne, das steht ja so drin. So, jetzt kommt hier, ähm, als Beschreibung raus, was mit einem Begin-Case ist, ein End-Case. Das sieht irgendwie schwer nach Latich aus, wird aber nicht so wie hier in Latich gerendert. Ich weiß nicht warum. Also, ich meine, hier oben, vielleicht dauert das auch noch einen Moment. Ähm, kurze Überlegung, ob das irgendwie sein kann. Also, Begin-Cases ist so eine Klammer, äh, beschweifte Klammer auf. Ein Ampere für 0, also für T größer 0, kleiner 2 Sekunden, ähm, ist Quatsch. Also, von 1 bis 3, da ist es ein Ampere, hier vor ist es linear. So, dann ist es 0 von 2 bis 4, das ist auch Quatsch. Es ist von 3 bis 4. Und von 4 bis 6 ist es Minus 2, das ist auch Quatsch, weil es von 4 bis 6, äh, von 4 bis 5 Sekunden ist es Minus 2. Und danach hat es wieder einen linearen Zusammenhang. Also, ah, das ist so halbrichtig, ähm, so wahnsinnig viele Punkte würde man darauf jetzt nicht vergeben. Und um die Ladung zu finden, kann man den Strom über Zeit integrieren. Okay, das ist einigermaßen klar. Und, ha, also hier, äh, tja, also die Ladung Q von T ergibt sich, wir integrieren von 0 bis T, I von T Strich, DT Strich. Das ist prinzipiell schon mal ja auch nicht so verkehrt, ne. Das T hier und das T hier, die gehören zusammen, ähm, dass die Zeitabhängigkeit hier ist, die Zeit über die integriert wird. Und jetzt kann man diese 1 dort einsetzen. Da fehlen natürlich schon mal alle Einheiten, ähm, das ist ja auch schon die falsche Zeitfunktion. Aber okay, das geht dann richtig weiter. Die 1 integriert nach T ergibt, äh, oder nach T Strich ergibt T Strich. Wenn man jetzt die Grenzen einsetzt, ergibt sich das. Was hier definitiv auf jeden Fall fehlt, wäre, dass da gehört noch die Ladung zum Zeitabschnitt, ähm, 0 dazu. Die steht hier in der Aufgabe irgendwo drin, äh, Q ist 0 bei T gleich 0. Keine Ahnung, ob das jetzt hier das implizit angenommen hat. So, und dann kommt hier raus, okay, also für diesen Zeitbereich, hier fehlen auch die Sekunden, kommt da T Coulomb raus. Und das ist, ha, das ist auch so ein bisschen schwierig, weil T hat natürlich die Einheit Sekunden und dann kommen da irgendwie Coulomb-Sekunden raus. Also, dass da die Ladung in Coulomb rauskommt, ist schon richtig. Aber, weil hier eben, dass die Einheit Ampere hat und, äh, zu den Ampere dann über das T nochmal Sekunden dazukommen. Also, hier müsste sowas wie 1 Ampere mal T stehen und dann hat das automatisch Coulomb. Ähm, tja, hier unten ist das jetzt auch nicht viel besser. Ähm, also klar, wenn man über 0 integriert, passiert dann nichts. Hier hinten müssten jetzt mal überall noch Einheiten dranstehen, Ampere-Sekunden. Ähm, und dann geht das so weiter. Und hier hinten, ähm, tja, die ganzen, die ganzen Ansätze hier oben sind ja schon falsch für die Stromfunktionen. Ja, wenn da ein negativer Strom fließt, dann nimmt die Ladung natürlich ab. Dann ist hier was mit einem Minus T schon mal gar nicht so verkehrt. Ich meine, jetzt könnte man sich überlegen, wenn das bis 2 geht, kommen hier 2 Coulomb raus. Dann geht es immerhin mit 2 weiter. Und wenn ich jetzt für T 4 einsetze, ähm, 4 minus 4 ist 0. 2 minus 0 ist 2. Also immerhin stimmen hier sowas wie die Übergangsbedingungen. Also, ne, dass hier jetzt, ähm, automatisch sowas wie die Ladung zu den vorherigen Zeitabschnitten mit drauf addiert werden, das ist ja, das ist schon, schon, schon relativ smart, muss man sagen. Das ist jetzt trotzdem alles falsch. Und, äh, the graph of Q will be a straight line increasing from, okay, jetzt beschreibt er das hier so ein bisschen. Jetzt frage ich ihn mal, aber wahrscheinlich kann er das nicht, weil ich nicht in diesem, jetzt müsste ich, äh, zurückgehen und den, in den Dolly-Prompt wechseln, ob er das auch zeichnen kann. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die Antwort ist auf Englisch. Ich weiß nicht, ob das einem Studenten, einer Studentin, die, äh, deutsche Muttersprache ist und von Englisch jetzt Fachenglisch nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat, ob einem das groß weiterhilft. Ähm, die Einheiten und Formeln sind, ähm, gefährliches Halbwissen, wie man so sagt, und, tja, zeichnen tut es das auch nicht. Also, so richtig hilft einem das nicht. Okay, ich probiere mal, mal ein anderes Aufgabenkonzept und wir machen hier mal Stromdichte. Das ist doch eine schöne Aufgabe. Und auch hier mache ich einfach das, was ich eben gemacht habe, Copy und Paste des Bildes. Vertraue darauf, dass da die Bilderkennung und Texterkennung schon gut und richtig funktioniert. Copy und Paste des einfach hier rein und klicke mal auf Chat oder auf Send. Und, also nebenbei, wer unsere Aufgabenheft kennt, kennt diese Aufgabe, ähm, ein, ein Blechstreifen. Von hier fließt der Strom rein, hinten fließt der Strom raus. Der Strom soll immer senkrecht zu der Fläche fließen. Die Fläche ändert sich, ähm, linear. Ne, die Fläche ändert sich nicht linear. Also der, doch, die Fläche ändert sich linear. Diese Länge hier ändert sich linear auf ein Drittel. Damit sinkt die Fläche auf ein Drittel. Damit streikt die Stromdichte auf das Dreifache. Das ist so ein bisschen die Lösung, die hier rauskommt, wenn man das plottet. Also da kommt so ein hyperbelförmiger Verlauf raus, der auf das Dreifache einsteigt. Okay, schauen wir mal an, was ChatGPT dazu sagt. The given image presents a problem related to a metallic strip. Okay, da steht eine Aufgabe drin mit dicke und, ähm, also Breite B und dicke S. Also er wiederholt jetzt hier so ein bisschen die Aufgabe und sagt, es soll die Stromdichte berechnet werden dafür, dass eben, ne, dass am Anfang dreimal so groß ist wie am Ende oder dass am Ende auf ein Drittel gesunken ist, diese Breite. Und der, die Stromdichte soll normiert dargestellt werden. Also das ist hier einfach Wiederholung der Aufgabe. So, dann kommt raus. Die, die Stromdichte, und das ist gar nicht so verkehrt, ist Strom geteilt durch Fläche. Der Strom bleibt gleich. Das ist, äh, sehr richtig geschlussfolgert. Und deshalb, äh, variiert die Stromdichte mit der Fläche und die Fläche eines Rechteckes ist B mal S. Das ist sehr richtig. So, ähm, und B ist die Breite dieses Blechstreifens. Und jetzt kann man, jetzt muss man natürlich für das B von X eine Funktion aufstellen. Und diese Funktion ist natürlich eine lineare Funktion, die hat hier bei X gleich 0, hat die, hat die B1 den Wert. Und bei X gleich L hat die den Wert B2. Und jetzt kann man sich überlegen, daraus ergibt sich B2 minus B1 geteilt durch L als Anstieg. Anstieg und der Achsenabschnitt ist eben B1. Ähm, und also kurze Probe, wenn ich für das X 0 einsetze, ist diese ganze Klammer hinten weg, kommt B1 raus. Das stimmt, wenn ich für das XL einsetze, dann ist das hier hinten 1, dann steht da B1 minus B1, ähm, ist weg. Und minus minus ergibt plus ergibt plus B2. Das ist absolut richtig, das, was hier steht. Das ist schon, das ist schon ziemlich verblüffend, weil das, ähm, aus meiner Erfahrung eine Aufgabe ist oder eine Fragestellung, mit der sich doch sehr viele Studierende sehr schwer tun, diesen Zusammenhang da aus diesem Diagramm abzulesen. Also das, ähm, finde ich jetzt relativ stark, auch weil das von den Einheiten und, äh, dem Formalismus ziemlich gut passt. So, und jetzt kann man natürlich B1 gleich 3B2 einsetzen und das so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, also irgendwie wieder kurze Probe, wenn ich in die Formel für X gleich 0 einsetze, dann bleibt da 3B2 über. Das ist richtig, weil das ist ja B1, wenn ich hier X gleich L einsetze, 3 minus 2 macht 1 mal B2, das stimmt auch. Und hier unten in der Formel ist das jetzt ja einfach nochmal irgendwie nur, ähm, ausgeklammert. Das sollte genauso passen. So, jetzt kann man das da einsetzen, wunderschön. Und jetzt kann man die Stromdichte noch normieren. Das ist auch, ähm, obwohl das ja relativ simpel ist, was, womit sich Studierende manchmal so ein bisschen schwer tun, ne, was verbirgt sich jetzt hinter dieser Normierung? Naja, wir teilen durch die Stromdichte an der Stelle 0. Warum macht man das? Naja, weil dann in dieser Formel eben ganz viele Sachen wegfallen. Also, da fallen, da fällt raus, wie, wie, wie groß der Strom ist konkret. Da fällt eben raus, wie breit und wie dick dieser Streifen ist. Und es bleibt nur diese X durch L Abhängigkeit über. So, und, ähm, ich hab jetzt, mal gucken, ich kann ja mal hier in die Ergebniskontrolle gehen und zur Aufgabe 16 runterscrollern, ob da was steht. Und da steht 1 durch 1 minus 2 Drittel X durch L. Ähm, und wenn man jetzt das mal noch durch 3 teilt, also hier die 3, ähm, durch eine 3 kürzt, hier die 3 durch eine 3 kürzt, bleibt dann eine 1. Und dann kommt da 1 minus 2 Drittel X durch L raus. Das ist genau das, was hier steht. Das ist schon ziemlich stark. Das, äh, ist sehr faszinierend. Ähm, also, bisher hab ich an dieser Lösung absolut überhaupt gar nichts ausgesetzt. This equation represents the normalized current density und so weiter. Ähm, das ist, das ist sehr gut. Okay, cool, cool. Ähm, machen wir mal eine Probe aufs Exempel. Ähm, gehen nochmal auf die, auf so eine ähnliche Aufgabe, auf die hier. Ja, die ist so ein bisschen, äh, die mach ich jetzt nicht, weil, weil hier so ein, so ein Zeilenumbruch ist, der das vielleicht durcheinander bringt. Machen wir mal Netzwerkberechnung. Ähm, Maschensatz, Anwenden. Also, ich kopiere das hier mit Schaltung. Mach nochmal einen neuen Chat auf. Füge das ein und klicke auf Send Message. Und es funktioniert nicht. Und, da drunter werde ich, werde ich gleichzeitig gewarnt. Chat GPT can make mistakes. Very important information. Okay, es, es, es sendet einfach nicht. Ah, okay, es sagt unable to upload. Jetzt, ah ja, okay, also man muss irgendwie warten, bis der, bis der Upload fertig ist. Na gut, ich warte mal kurz im Hintergrund, bis der Upload fertig ist. Ähm, ich suche mal nebenbei hier eine Schaltung raus, die, ja, vielleicht auch im Kopf ganz gut zu überblicken ist. Oder wo man weiß, was hier so rauskommt. Hausratbrücke würde ganz gut passen. Also, schauen wir mal. Das lädt jetzt immer noch nicht hoch. Ich probiere das mal nochmal. Tja, das sind so die kleinen Tücken, mit denen man dann auch als Student, als Studentin potenziell zu tun hätte in einer Prüfung. Wenn man das nutzt, so ganz zuverlässig funktioniert es eben noch nicht. Ich hatte eben auch ein bisschen Probleme, mich anzumelden in der Vorbereitung des Streams. Ich gucke mal nebenbei auf die Uhr. Ich habe noch ungefähr 10 Minuten. Also, was soll man hier machen? Hier sind so ein paar Spannungen gegeben. Und jetzt soll man die anderen, die fehlenden Spannungen, Vorzeichen richtig berechnen. Und hier oben irgendwie kurz drauf geschaut. Ich, ups, ich scrolle mal noch ein bisschen rein. Also, U1 sind 2 Volt, U2 sind 3 Volt und das U4 sind 5 Volt. Also, wir haben 1 Volt, 3 Volt, 5 Volt. 3 und 5 sind zusammen 8. Das heißt, UQ muss 8 Volt sein. Da müssen das hier natürlich auch 8 Volt sein. Das heißt, hier unten fehlen 6 Volt. Und wenn hier 6 Volt sind und hier drüben 5 Volt sind, dann muss hier nochmal 1 Volt abfallen. Also, die Antworten, die wir suchen, sind 8 Volt, 6 Volt, 1 Volt. So, und jetzt sagt uns Chat-Cub, hey, das sieht doch wie eine elektrische Schaltung aus. Was habe ich schon mal gesehen mit verschiedenen Voltage-Sources? Also, da ist eigentlich nur eine drin. Keine mehreren Quellen, sondern nur eine. Und dann gibt er nochmal den Text wieder. Und let's break this down, Step by Step. Lass uns mal Schritt für Schritt darüber nachdenken. Und, äh, also das, was wir brauchen als Formel. Und das habe ich ihm jetzt ja gar nicht gesagt. Das ist hier der Titel der Aufgabe, der ich nicht mitgegeben habe. Also, das, was wir brauchen, ist der Kirchhoffsche Maschensatz, Kirchhoffs Voltage-Law. Und der sagt, in einer Schleife, in einem so einem Schaltkreis, ist die Spannung immer 0. So, und da können wir mal mit anfangen und können sagen, U1 plus UAB minus U2 soll 0 sein. Also, gucken wir das mal an. U1 plus U2 minus, äh, plus UAB minus U2 soll 0 sein. Das stimmt erschreckend gut. So, und damit können wir das schon mal einsetzen und können sagen, UAB muss 1 Volt sein. Genau die 1 Volt, die ich eben schon mal postuliert habe. Hier sind 2, hier sind 1. Die müssen zusammen genau die 3 hier ergeben. Das passt. So, dann kann man eine Schleife aufstellen für UQ und U3. UQ und U3, uh, das ist jetzt aber irgendwie, UQ und U3 müssen 0 ergeben. Das ist natürlich irgendwie Quatsch, weil, wenn ich hier eine Schleife aufstelle, müsste UQ genauso groß sein wie U1 plus U3. Also, das ist falsch und damit kommt ja auch ein falsches Ergebnis für UQ, nämlich minus 2 Volt. Ähm, und da, das, da fragt man sich auch, wie jetzt irgendwie darauf kommt, weil, given that UQ is opposite, also hier, ne, also, das hier oben ist alles komplett richtig. Das hier ist alles sehr fragwürdig. Also, die Formel ist falsch, dann, dann taucht ja auf einmal ein U1 auf. Ähm, UQ ist minus 2 Volt, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann kommt doch mal, und dann setzen wir das wieder ein, da kommt rückwärtig raus, UQ3 ist 2 Volt, was ja laut Aufgabe überhaupt gar nicht sein kann, weil hier steht UQ2 ist 3 Volt. Also, das ist sehr komisch. So, und dann können wir nochmal eine Schleife aufstellen mit UAB, U3 und U4. Die ist, der Maschensatz ist aber auch komisch aufgestellt, weil hier müsste ja stehen, ähm, U3, wenn wir so rumgehen, U3 minus U4 minus UAB ist gleich 0. Oder U3 ist UAB plus U4. Also, hier sind zumindest irgendwie ein paar Vorzeichen falsch und, naja, hier fehlen auch irgendwie die Einheiten. Ähm, und dann kommt da raus, U4 sind 5 Volt. Ähm, und, however, this equation is not correct. There seems to be a description. Also, er sagt, nee, also das kann alles irgendwie gar nicht stimmen, da deine Schaltung, die muss falsch sein. Ähm, und hier nochmal zusammengefasst, das worauf ich komme, also UAB ist 1 Volt, das ist richtig, das ist falsch, widerspricht der Aufgabe, das ist auch falsch. Ähm, tja, jetzt, weiß ich nicht, ich, jetzt könnte man bestimmt noch ein bisschen mit ihm argumentieren, warum er das jetzt so gesehen hat, ähm, oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob man das in einer Prüfung machen würde, ähm, dafür müsste man ja auch erstmal wissen, dass das falsch ist. Also, so richtig, so richtig cool ist das nicht. Ich mache mal als letztes diese Hausratbrücken-Wechselstromschaltung, ich mache das mal noch ein bisschen größer. Wobei das dann natürlich auch irgendwie potenziell eine größere Dateigröße hat und mache nochmal einen neuen Chat auf, packe das hier rein, warte da drauf, dass es hochgeladen wird und das hat funktioniert und damit klicke ich auf Send Message. Also, was soll man hier machen? Man soll die Brückenspannung ausrechnen für Nachbetrag und Phase dafür, dass diese beiden Widerstände gleich groß sind und dafür, dass sich dieser Widerstand hier von 0 bis unendlich ändern lässt. Oder man könnte auch die Frequenz ändern, man könnte die Kapazität ändern, aber das ist ein fester Spannungsteiler, das ist ein variabler Spannungsteiler. Die Quellspannung ist fest, ähm, ich rechne diesen und diesen Spannungsteiler aus, äh, nehme die Differenz von den beiden und dann kriege ich dieses UDB hin. So, die Image depicts a Wechselstrom-Bückenschaltung. This is very funny because it's, äh, it's some German word in some English sentence. Naja, Alternating Current Bridge Circuit. Weiß nicht, ob man das als Amerikaner in oder Britin so übersetzen würde. A Wheatstone Bridge, das passt vielleicht ganz gut, ne? So, aber es ist ein bisschen anders, als dass man das so kennt, weil da ist eine Kapazität drin. Ja, richtig. Also diese Wheatstone-Brücke, die hätte eben nur Widerstände. So, und dann steht da noch eine R3, R4. Also er hat jetzt nochmal hier so ein bisschen die Aufgabenstellung. So, und jetzt sagt er, also wie können wir denn jetzt UBD bestimmen? Äh, the bridge is balanced. Wenn diese Elemente, diese Diagonalelemente, ähm, diese Bedingung hier erfüllen, naja, weiß ich nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ähm, müsste ich jetzt mal irgendwie drüber nachdenken. Also sowas kann man auf jeden Fall aufschreiben, aber das hilft uns jetzt nicht so wirklich viel weiter. Ja, äh, also weil das ist so eine Bedingung, dann ist die Abgleich, also dann ist die Spannung Null. Ähm, aber hier, ja, if the bridge is not balanced, dann können wir das mit einem Spannungsteiler machen. So, also machen wir mal. Wenn R2 gleich Null, dann ist die volle Spannung, will appear across BD. Gucken wir mal, BD, ne, das ist falsch. Also wenn R2 Null ist, dann wird die volle Quellspannung über DC abfallen, aber nicht über BD. Ähm, so, wenn das R2 ansteigt, dann haben wir so einen abgeglichenen Zustand. Und, und wenn BD, äh, OBD will decrease, ich glaube, das ist auch falsch. Also, weil was hier nämlich rauskommt, wenn man mal so ein Zeigerbild zeichnet, ist, dass der Betrag dieser Brückenspannung, ähm, dieser komplexen Brückenspannung, der bleibt konstant. Und den Phasenwinkel kann man gegenüber der Quellspannung, äh, von 0 bis 180 Grad oder 0 bis minus 180 Grad, je nachdem, wie man das so sieht, ändern. Und, äh, und, äh, und der Betrag ist genau die Hälfte der Brückenspannung. Also, ähm, UBD will decrease oder increase ist schon mal falsch, weil UBD will stay constant. If a bridge is balanced, dann ist UBD Null. Ähm, naja, weiß ich nicht. S, R2 increases, mhm, mhm, mhm. Increase. Naja, 180 Grad Phase Difference, das ist schon mal irgendwie richtig, aber was ist denn die Initial Condition und so in dem Phase? So, jetzt sagt er uns noch, wie kann man hier so ein Phaser Diagram, wie kann man das Zeigerbild zeichnen? Also, wir nehmen UQ als Reference Phaser. Äh, die Spannungen an R3 und R4 sind, zeigen in die gleiche Richtung wie UQ, das ist richtig, da die Spannung über der Kapazität will lag the current an Kapazitäten, die Spannungen sich verspäten, das ist richtig. Also, deshalb ist das orthogonal zu UQ und das würde ich jetzt auch nicht so sehen, weil das ist orthogonal zu dem Strom, aber der Strom ist eben nicht parallel zu der Quellspannung. Also, das ist so, das ist so halbrichtig. Ähm, und UBD will be the, ja, irgendwie kann ich da das als Differenz ausrechnen. This is a qualitative and general explanation. Kirchhoff's Law will be used. Okay, naja, also, hm, so richtig, richtig wahnsinnig gut hilft einem das jetzt bei dieser Aufgabe auch nicht weiter. Ähm, also, Erkenntnis bisher, manchmal verblüffend gut, in vielen Fällen, na, gefährliches Halbwissen, so halbrichtig. Also, vielleicht, wenn man so gar nichts, gar nichts weiß, ähm, kann das einen manchmal so ein bisschen in die richtige Richtung schubsen, aber dann muss man ja auch wissen, ist das jetzt die richtige Richtung, in die mich das geschubst hat oder, ähm, schickt mich das jetzt eher in den Nebel und den Abhang runter, ähm, wo man ins Void fällt. Also, hm, ich weiß nicht, ob ich mich in einer Prüfung darauf verlassen wollen würde, dass mir das richtige Antworten gibt, die zumindest mir irgendwie so bis zur Bestehensgrenze helfen und das waren ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig wirklich komplizierte Aufgaben, die wir jetzt hier reingegeben haben, sondern eher so Einstiegsbeispiele, die man eben im Kopf auch noch relativ zügig nachvollziehen kann. Von daher, ähm, also, dass das hier überhaupt Schaltbilder erkennt, Diagramme erkennt, das finde ich an sich schon super, super faszinierend, wenn man sich überlegt, dass das vor einem Jahr noch nicht möglich war, äh, vor ungefähr einem Jahr, ähm, bin ich gespannt, was innerhalb des nächsten Jahres passiert und vielleicht mache ich in einem Jahr wieder mal so ein Video und teste mal wieder so ein paar Aufgaben, aber im Moment würde ich mal zusammenfassend festhalten, ähm, hilft mir das, meine Grundlagen-Elektrotechnik-Prüfung zu bestehen? Nee, vermutlich eher nicht. Und damit sage ich, ähm, ciao, ciao und klicke auf Stream beenden.